Der Kader von Deutschland ist überragend. Stimmt, den gibt es auch noch, Paulowitsch. Bruder, Bruder, ich habe den nur ein Spiel zehn Minuten lang gesehen. Paulowitsch, ne? Er ist auch 19, ja. Guck mal, der muss direkt spielen. Das sage ich euch. Wann ist der gekommen? Wo war der? Ich habe auch keine Ahnung, ich bin von der Jugend von Bayern, glaube ich, ich weiß es nicht. Der wurde in die Nationalmannschaft berufen. Wir müssen den nicht anrufen, den mit Helikopter holen gehen direkt. Willst du den Schlamm spielen lassen? Direkt. Aber warte, Mittelfeld. Winduern, groß gesetzt, wird's gesetzt. Ja, die Stürmer raus, wird's nach vorne. Ilkay oder Kroos, einer nach vorne. Also Zehner. Und die mit Paulowitsch in der Mitte. Den kannst du nicht draußen lassen.